Bei den Frauen gewann ebenfalls das an eins gesetzte Team. Katrin Holtwig und Ilka Semmler, beide für Essen startend. Sie setzten sich glatt in zwei Sätzen gegen Deutschlands zwei, Gieske Bank und Anja Günther aus Berlin durch. Insgesamt war die Smart Beach Tour in Frankfurt ein echter Erfolg. Das Starterfeld konnte sich sehen lassen, die Stimmung war super und die Leistung der Athleten Weltklasse. Somit einfach rundum ein gelungenes Beachvolleyball-Wochenende. Ja.